Breakfall Loading Und habe es jetzt auch schon wieder in der Weihnachtszeit nicht geschafft Aber ich dachte, es ist ja eher winterlich Und Winter haben wir ja noch Und wir spielen den kleinen Marvin Der, wie wir sehen, einen seiner Handschuhe Seinen Mittens Ja egal, seine Mittens Ich glaube, das gibt es im Englischen gar nicht als Einzahl Verloren hat Und wir spielen hier ein bisschen Wir helfen ihm, seinen Handschuh zu finden A small forest Oh Enter Ah, mit Enter können wir uns Ach, wie süß, können wir Sachen malen Ach, wie putzig So, mal schauen, wie lange wir Zeit haben Bis Mutti uns Ne, da komme ich nicht hoch Bis Mutti uns nach Hause holt Und das ist einfach Äh, ja Ups Ach, warte mal Es ist einfach so ein traumhaft schönes Spiel Es sollte eigentlich viel mehr Spiele wie dieses hier geben Ich werde mich wahrscheinlich Teilweise dumm anstellen Aber das kennt ihr ja schon von mir Also das Ah, so zum Beispiel Das seid ihr ja schon gewohnt Ausnahmsweise mal ein Spiel völlig ohne Gewalt und Blut Nur mit Alex Dummheit Gespickt Sag mal, ich habe das doch gerade auch hingekriegt Oder habe ich es anders gemacht Mutti ruft uns nach Hause und wir sind noch nicht mal weitergekommen Ach, kannst du mich mal Sorry Ich versuche es mal über dem Weg Ich glaube, wir müssen nämlich auch Sachen einsammeln Das ist aber ein mutiger kleiner Junge Muss ich mal anmerken Ah Komme ich da oben hin? Ne, ich glaube nicht Ich wüsste jedenfalls nicht Wie? Ah Der ist auch unkaputt war, der Junge Das ist ein Schlitten Können wir den malen? Nö Können wir den malen? Hallo Hallo Nö Warte mal Komme ich da vielleicht so Yeah Ne Ah Schade Uh Das hat aber irgendwie Nichts gebracht Kommen wir da drauf Ich weiß übrigens noch nicht, wie viele Folgen wir dieses Spiel spielen Ich mache einfach mal Warte mal, da ist ein Schal Oder? Mein, äh, medienverseuchtes Gehirn hat natürlich direkt Blut assoziiert Aber, äh, hoffen wir jetzt mal nicht, dass wir sowas in diesem Spiel sehen Ich bezweifle es Ich bezweifle es Ach guck mal Nein Oh nein Ich war zu schnell, okay Okay, okay, er sagt uns, wenn wir irgendwas malen können Ich hab's Oh, das ärgert mich jetzt Das ärgert mich zu Tode Mano, ich will doch malen, ich bin doch ein Künstler Und doof Und doof Ich hab doch sonst nichts im Leben Sonderlich gescheit bin ich nicht und sonderlich geschickt auch nicht Nimm mir doch nicht das Letzte Wie gemein Okay, ich muss eins höher Ich überlege die ganze Zeit, es muss doch hier noch irgendwas passieren Ich glaube, das ist so Rolling Drifts Ach, wie süß Und die Schneeflöckchen sind so schön Yay Warum habe ich das Gefühl, es rollt uns gleich was hinterher Ja, jetzt aber Ah, wir haben eins verpasst Das ärgert mich Da komm ich nicht hoch Können wir auf den Stein hier drauf? Ne, der ist nur gemalt, okay Und der Fuchs ist so süß Und er hat sich grad Er hat, glaube ich, nicht begriffen, dass er kein Kein Maulwurf ist Da komm ich nicht hoch Mann Vielleicht mit Anlauf Oder vielleicht müssen wir hier nochmal mit einer anderen Fähigkeit hin Elfcamp? Aha Wo sind wir? Oh, Fackeln Was? Was zum Teufel? Hi Oh Hallo Hallo Mein ist missing, too Oh Ja, hallo Helft ihr mir? Könnt ihr mir helfen? Ich gehe und alle unsere Fähigkeiten finden Ja Ja Was? Wir kriegen Oh What? Ja? Space? Uh Wir können jetzt More fly More, more fly Ach Ach, wie süß Ach, wie cool Ach, wie cool Jetzt müssen wir die Schneeflöckchen einsammeln Wie süß ist denn das? Ah Ist wieder hin Nein Nein, Mami Noch Noch nicht Lauf 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 Mami Lauf 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 Ach, wie schön. Und träumt von dem Tag, den er erlebt hat. Aber irgendwann, da kommt auch der neue Tag. Jetzt. Y-Nut-A-Tab. Ach, wie cool. Können wir dann direkt da hin? Ich weiß gar nicht. Und jetzt? Ach, guck mal, da können wir noch Sachen sammeln. Was? Ich frag nicht. Ah, wir haben unsere Fähigkeit behalten. Da war ich grad noch nicht, wie ich dran bin. Ah. Ups. Ja. Ups. Nee, warte. Ah. Ups. Ich kann nicht... Jetzt. Ah, fast. Aber fast. Ich hätte es fast hinbekommen. Ich krieg das noch hin. Oder gebe irgendwann ein Erft auf. Das könnte auch passieren. Das ist auch Kunst. Genau dazwischen zu landen. Tschüss. 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 Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich ziemlich unfähig bin, was Spiel angeht? Ich sollte mal stehen bleiben. Das hätte was für sich. Ich habe tatsächlich... Es ist ja jetzt dato, dass ich das aufnehme nach Weihnachten. Und ich habe von meinem älteren Bruder habe ich doch tatsächlich seine alte Xbox One bekommen. Also alte in Einführungszeichen. Plus die Special Edition 4. Ja! Nein! Ach, fuck. Ach, komm. Ich spiel... Ich krieg das eh nicht auf 100% durchgespielt. Äh. Ja, und Dishonored 2. Und... Ihr glaubt nicht. Ich weiß, ich hatte mal... Ich hatte tatsächlich mal angefangen, Dishonored 1 aufzunehmen. Habe es dann abgebrochen, weil ich mich so dämlich angestellt habe. Das ist schon kein Vergleich zu dem hier. Ah! Oh Gott. Also ich werde hier nicht alle sammeln können, weil ich mich einfach viel zu blöd anstelle. Zudem habe ich... ...ne lange Pause des Aufnehmens hinter mir. Ja. Ich habe schon eine Weile nichts mehr wirklich aufgenommen. und bin ein bisschen raus. Das merkt man überhaupt nicht, ne? Yippie! Yippie! Da kommt... Äh. Warte mal. Gleich sagt Mutti wahrscheinlich eh... Ach Gott. Gleich sagt Mutti wahrscheinlich eh... Mommy! Time to go! Too bad! Too bad! Ja. Ja. Hoch! Wo sind wir denn hier? Hier waren wir doch vorher nicht. Yippie! Yippie! Ach wie süß. Kann man da auch runter? Nee. Yippie! Ich glaube, hier komme ich aber nicht mehr hoch. Ach wie süß. Ich hoffe, ich räuchle euch nicht so ein bisschen in die Kamera rein... Äh, in die Kamera, ins Mikro rein. Ich bin nämlich immer noch so leicht erkältet. Das ist schon besser geworden. Ich wollte es ja... Das Spiel schon... Ja, seit... Ich wollte es... Oh, cool! Ich wollte es ja eigentlich schon seit Weihnachten... Vor Weihnachten wollte ich es ja schon aufgenommen haben. Aber dann lag ich über Weihnachten so flach... Och, da war noch eine Mist. Oh! B? Erst mal will ich gucken, ob ich den... Nee, den konnten wir nicht malen, ne? Au! 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 Oh nein! Ach, ist das schön! Oh nee! Oh, ich geh kaputt! Oh, ist das ein schönes Spiel. Also wirklich... Ein... 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 Schönes... Schönes Spiel. Ein... Oh Gott! Mir geht gerade das Herz auf. Ich weiß, das ist schon eine blutige Angelegenheit. Aber es ist einfach so schön. Nein, ich werde nicht alles einsammeln, tatsächlich. Weil, äh... Sehen wir der Tatsache ins Gesicht, ich bin schlecht. Seien wir mal ganz ehrlich zueinander. Ich bin einfach schlecht. Ich werde es eh nicht hinkriegen. Aber ich möchte... Mich... Uh! Darauf nicht unbedingt versteifen. Sondern was vom Spiel miterleben. Und das Spiel auch mitnehmen. Nein! Seht ihr? So viel zum Thema. Ich bin schlecht. Deswegen spiele ich keine Jump'n'Run-Spiele. Tum! Tum! Yes! Miss! Miss! Ach, egal. Ach, geil. Ja! Ich glaube aber, Mami ruft uns gleich. Es wird schon so verdächtig dunkel. Und so rötlich. Die Abenddämmerung. Seht ihr das? Warte. Awesome! Warte. Yay! Ups. Awesome! Yay! Ach, das ist so süß! Ich wünsche dir, das wird wirklich mal so funktionieren mit dem Antrieb. Ein Schlitten mit Antrieb, das wär's doch. Yay! Da komm ich nicht hoch. Vielleicht, wenn ich mich geschickt anstelle. Hahaha! Okay, vielleicht so, aber richtig. Nein. Ach, Gott, egal. Es wird dunkel. Mami ruft uns jetzt. Mami noch nicht, bitte. Die Musik wird leiser. Mami ruft jetzt sicher. Oh, die Musik wird wieder lauter. Okay. Hallo. Bauen? Bauen? Was ist denn? Warte, Bicke Bar? Warte, Bicke Bar? Baut? Was willst du von mir? Baut der Bart? Schah, Bauter? Was? Oh, hello! Careful! A cup of Coca! Yum yum! Oh, Kakao. I just have some cocoa. I keep it strong. I'm getting tired. Can we read the... Ach komm, wir machen heute für heute Schluss. And I can take you home. Hm. Und dann lag er und träumte von seinem Tag. Er träumte, was alles geschehen war. Was ist das Haus? Sie suchen nach dem Handschuh. Der Schlitten. Oh ja, das war traumhaft. Der Schlitten. Ach ja.